gute und herzlich willkommen bei forsa motorsport wir machen wieder ein online rennen mit dem audi r8 mal schauen wie ich das fahrzeug beherrschen ob ich so überhaupt fahren kann training dauert noch elf minuten und dann geht es auch schon gleich ins brennen rein ich muss noch ein bisschen was einstellen in der kurzen zeit aber ich will hier die perspektive dann aus ja hier sind wir drin und gib ihm erst mal die strecke ein bisschen kennenlernen spät gebremst ich mich konzentrieren es wird so nix hab ich mich gedreht da sollen wir schon schalten ich versuche was schlimm andere reifen die mittlere mit um Oh, tuning. Okay, der ist schon ganz unten. Ich muss mal testen. Okay, der ist schon gut. Okay, der ist schon gut. Das passt noch nicht so gut. Wenn ihr mal Tipps habt, könnt ihr mir mal Bescheid sagen, wie ich das Auto am besten tunen könnte. Okay. 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 Ein Soldat? Ich muss bis langsamer hochfahren. Oh, voll auf die Eisen gegangen. Ja gut, die Einstellung lasse ich jetzt mal so. Oh, Chalden. 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 Alter, der macht mich... Lüster drückt mich raus. Lüster drückt mich raus. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine Sekunde. Lüster drückt mich raus. 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 Eieiei. Ja. So kann's gehen, ne? Letzte Runde. Damals abgelenkt gewesen. Das ist ein Mist. Diese scheiß Kurve. Das ist so schlecht. Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr beeilen. Noch mehr Strafe. Ah ja, mal schauen. Das ist wie eine Übungsfahrt jetzt. Alle weg. Üben, üben, üben. Das ist wie eine Übungsfahrt. Das ist wie eine Übungsfahrt. Das ist wie eine Übungsfahrt. Die Runde haben uns normalerweise mit Vollgas bekommen. Aber ich musste hier vollbremsen. Nächste auch mit Vollgas nochmal läusen. Naja, das war es gewesen. Naja, 20 Letzte mit Strafe. Oh Gott. Und das war ja nicht 24. Da muss ich noch ein bisschen üben, ne? So, das war es hier auch schon wieder gewesen. Danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren. Nicht vergessen. Wenn ihr das macht. Also dann. Cheerio.